Diese Simpel-Brioche-Muffins gehen ganz einfach so machst du sie zu Hause nach. Gebt erstmal Hefe zu eurem Mehl, Salz und Zucker. Jetzt geben wir eine kleine Menge Wasser hinein und lassen alles erstmal schön durchkneten. Sobald das Mehl ein bisschen das Wasser gebunden hat, können wir langsam die Milch hinzugeben. Dann anschließend auch noch das Ei. So, jetzt lassen wir es ein bisschen durchkneten. Wenn es ein bisschen alles gebunden hat, geben wir stückweise die Butter hinzu. Und dann, wenn es komplett schon etwas zusammen ist, kleben wir es dann schön mit den Händen. Ich mache wieder die Links-Rechts-Kombination und sobald der Teig ein bisschen schon geformt ist, und ihr merkt, er klebt immer noch, könnt ihr das dehnen und falten anfangen. Dafür einfach in der Mitte hochziehen und dann drüber klappen. Somit wird der Teig ganz schön geschmeidig und er klebt nicht mehr. Jetzt schleifen wir den Teig mit der Klauenform schön rund und dann geht es dazu, ihn schön ruhen zu lassen, bis er sich verdoppelt. Somit bilden sich die Gase im Teig auf und er wird ganz schön fluffig. Währenddessen könnt ihr erstmal schon eure Muffinforms oder so kleine Auflaufförungen mit Butter bestreichen. Damit kommen nachher unsere Muffins hinein. So sieht der Teig danach in seiner Zeit aus und dann klatschen wir ihn jetzt ganz schön auf unsere Arbeitsfläche und portionieren erstmal. Könnt ihr, je nachdem wie groß ihr die Muffinsform habt, 50 Gramm, 70 Gramm Stücke machen. Ich habe hier etwa ca. 50-45 Gramm Stücke benutzt. Und zieht ihn hier immer von der Aussen nach innen und formt ihn dann rund mit der Handoberfläche. Somit wird er dann noch einmal gehen und dann perfekt schön flauschig werden. Man kann natürlich auch variieren und eine Schokoladenform machen oder etwas Bescheidiges will. Dafür nach dem Rundform platt, macht ihn noch einmal platt und nehmt den Aufstrich eurer Wahl. Könnt auch mit Schinken oder Käse befüllen. Ist auch extrem gut, kann ich euch sagen. Ich habe hier mit Nutella, also auch Lotus Creme und Twix Creme bestrichen. Dafür platziert ihr einfach so viel wie ihr wollt. Nicht viel, ihr müsst immer noch zusammenklappen können. Krabiere zur Zeit, wenn man es ganz auffüllt, einen Teelöffel gemacht. Und dann zieht ihr so die Rände von dem Teigling hoch und klappt die so dann zusammen. Damit darf kein Nutella mehr aus den Seiten zu sehen sein. Sondern wird dann beim Einrunden eure Hände komplett dreckig sein. Ihr könnt sehen, dass ich dort ein bisschen falsch zugemacht habe. Und dann ist mir genau das passiert. Dass wir die Hände nicht zumachen und ich muss sie nochmal zumachen. Und dann konnte ich wieder ganz schön jeweils das gleiche. Einfach dann noch komplett zumachen, damit der Teig auch ganz schön nicht den Teller ausläuft. Und beim Backen wird den Teller komplett auslaufen und euch den ganzen Abend versauen beim Putzen. Nachdem sie aus dem Ofen sind, bestreicht sie nochmal ein bisschen Butter. Bevor sie in den Ofen kommt, bitte bestreicht sie mit Eistreich. Ich habe es vergessen, so sind sie nicht goldbraun geworden. Aber dann sind sie so extrem fluffig und einfach geniessen. Aber dann kommen sie wieder ein paar Jahre mit dem Russland. Du musst sie dann eben behavioral wie die Klappe aussehen. Und dann kommen sie immer noch ein paar Jahre mit dem Russland.